Hallo Leute, schaut mal, es hätte einen Drogeriemarkt weggeschmissen. Ich durfte es mitnehmen. Da fehlte lediglich diese Scheibe. Das heißt, sie war kaputt. Ja, ist doch total schön. Und hier diese Laterne auch. Das ist auch eine Scheibe kaputt. Oh, wäre zu schwarz zum Wegschmeißen. Tja, freue ich mich. Tschüss.